... ... ... ... ... ... ... ... ... Der Aufsichtsratsvorsitzende Wendel Heisenmann, aber auch im Bereich der Politik, wo er sehr aktiv in Hannover unterwegs ist. So, wer den Portase hören will, bitte begeben sich jetzt in den guten Raum und dann hören wir uns jetzt vorhin an. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.